Wie er nicht zur Verfügung steht und wie wollen sie die Gehälter bezahlen? Bei unseren Reise lässt sich man sich das aber vor allem für die Rechte der indianischen Ohrenwohner und der ärmeren Bevölkerung ansetzen. Beim kleinen Viertelwettbewerfen wird das nicht so gut sein. Die zweite große Gewinnerin hier in Klagenfurt war die junge Grazer in Fritsch, mit dem Kielakpreis auch noch Publikums. Rumänien als letztlich ist der Ritter nicht weit, egal mit Kerzobach, nein es war in den Kielakpreis in Osttirol und in Oberklagenfurt. Die zweite große Gewinnerin ist der Ritter nicht weit, egal mit dem Kielakpreis in Osttirol und in Zeitpunkt ist an den Wochenenden nur eine Fahrspur verarbeiten. Momentan haben Sie da 10 Minuten Zeitverlust, weil ich seit Messung der Verkehr sind klein. Der Ö3 Verkehrsservice wird präsentiert von Avanti, die immer günstige Tankstelle. Avanti, ein Schnittschnack, immer günstig tanken. Das ist ihr. Das ist die Ö3-Wettung. Ö3-D-Play, Sandra König. Am bisher heißesten Tag des Jahres. Ich gebe es zu, ich bin ein kleines bisschen neidig, wenn Sie gerade am Pool oder am See ö3-Wettung. Das ist ein kleines bisschen neidig.